Die stärksten Geschichten sind die Waren. Von Würde und Verletzbarkeit. Licht und Dunkelheit. Wir sind, weil du bist. Alles Menschen im Gespräch mit Veit Lindau Hey ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Heute britzelt es wieder in unserem Podcast Alles Menschen. Vielleicht ist dem einen oder der anderen unter euch aufgefallen, dass es tatsächlich häufiger bei uns um Sex geht. Wir verstehen Sex nicht nur einfach als Vögeln, sondern tatsächlich als eine würdevolle, tiefe, heilsame Begegnung zwischen zwei Menschen. Und für uns ist Sexarbeit wirklich heilige Friedensarbeit. Und so freue ich mich ganz, ganz doll, euch heute eine bemerkenswerte, spannende, ja wir könnten sagen moderne Priesterin des Eros vorzustellen. Christina Marleen. Ich wünsche dir, dass du diesen Podcast nicht einfach nur intellektuell hörst, sondern dass er dir im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass es endlich geklappt hat, dass wir uns bei dir gefunden haben. Ich war super, super neugierig, darauf, dich näher kennenzulernen. Vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, mit dir zu sprechen, Veit. Und auch über das Thema, das mich natürlich brennend interessiert, so wie dich. Ja, ich hoffe, dass das ein heißes Gespräch für alle Menschen wird, die das sehen. Aber ich möchte gerne mit einer vielleicht ungewöhnlichen Frage anfangen. Also stell dir einfach mal vor, du sitzt auf einer Parkbank in Berlin und da kommt ein fünfjähriges Mädchen auf dich zu. Setz dich neben dich und dann fragt die dich, was machst du eigentlich? Wie würdest du dem, wie würdest du dem das erklären? Also ich würde Ihnen sagen, dass ich mit Menschen arbeite und die im Prinzip zum Spielen bringe. Also ich glaube, das wäre die ehrlichste Antwort. Denn was ich mache, ist ja tatsächlich so eine Art großer Spielplatz für erwachsene Leute. Und da ich auch davon überzeugt bin, dass man über das Spielen am besten lernt, ist das natürlich ein ganz positiver Nebeneffekt, dass Menschen über dieses, ich weiß nicht, ob ich nach Fünfjährigen schon was über Sexualität sagen würde. Ich würde vielleicht sagen, das, womit erwachsene Leute sehr viel Spaß haben oder so, aber da kenne ich mich nicht so gut aus, um ganz ehrlich zu sein, ab wann man Kinder damit vertraut macht, dass Menschen Sex haben. Ja, ich glaube, das kann sehr unterschiedlich sein. Also ich habe definitiv schon, ich denke jetzt gerade an meinen Patensohn, also der, da hatte ich das Gefühl, der war mit vier Jahren, war der an manchen Stellen schon heißer an der Fährte dran als ich mit 20. Aber Spielen, das ist ein guter Aufhänger, weil das Thema, über das wir heute sprechen wollen, habt ja, ich sag mal, das hat so viel Heaviness ganz häufig und so viel Pseudocoolness. Und gleichzeitig ist es so ein enormer Schatz für Würde, für Verletzbarkeit, aber eben auch für ganz, ganz viel Freude. Bevor wir den Zuschauern und Zuschauern verraten, was du denn eigentlich machst und was das für Spiele sind, magst du deinen Werdegang kurz vorstellen? Ja, also ich bin von Hause aus sozusagen mein Beruf, mein gelernter Beruf ist Physiotherapeutin. Ich bin aber auch Tänzerin, also ich habe sehr viel semiprofessionell getanzt und bin Performerin. Ich habe, oder singe auch, also das heißt, ich habe so eine Form von Bühnenpräsenz auch immer gehabt und ich habe davor auch noch Dinge studiert, also Kulturwissenschaften, Jura, Geschlechterstudien tatsächlich. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr ausgiebig mit dem Thema Geschlecht befasst und das hat auch immer wieder mein ganzes Denken und Handeln durchzogen. Und genau, ich habe dann aus dem, was ich gemacht habe, so ein bisschen so eine eigene Methode entwickelt, der Körperarbeit, weil mich immer interessiert hat, nicht wie ich ein Knie rehabilitieren kann oder eine Schulter beweglich machen kann, was natürlich wahnsinnig verdienstvoll ist, aber mich hat eigentlich immer mehr interessiert, wie sind Menschen in ihrem Körper, wie leben sie in ihrem Körper, wie finden sie einen Ausdruck in ihrem Körper. Also eine Verkörperung ist einfach so eine Grundlebensfrage von mir und Menschen dabei zu begleiten und dabei habe ich dann irgendwann festgestellt, dass Sexualität einfach dazugehört und ich habe mich dann bewusst entschieden, Sexualität in meine Arbeit mit einzubeziehen. Das ist jetzt sozusagen die Version, die ich an so einem Tisch, wo meine Eltern oder meine potenziellen Schwiegereltern sitzen würden, so erkläre ich das da. Und die andere Version ist irgendwie, A, ich war jung und brauchte das Geld und B, ich war einfach sehr, sehr experimentierfreudig in meinen Anfang 30ern und ich habe sozusagen immer gern an Grenzen geforscht und habe festgestellt, dass sexuelle Dienstleistungen zu geben für mich eine sehr lustvolle Form ist, mich zu entdecken und auch mit Menschen in Kontakt zu gehen, also in einer ganz magischen und intimen Weise, die ich vorher, die ich einfach mit nichts anderem, in keinem anderen Raum kannte. Sie dachte, wie kann das sein, dass das nicht bekannt ist, wie wunderbar das ist, so ein Ritual zu schaffen, wo Menschen sich in sehr kurzer Zeit intim und auch sexuell begegnen und was da passieren kann. Genau, das fand ich einfach aus so vielen Blickwinkeln so interessant, dass mein Forschungsfeld geworden ist. Also ich bin, jetzt kann ich das Geheimnis lüften, wer es nicht weiß, also ich bin Sexarbeiterin und das schon seit über zehn Jahren und arbeite quasi mit einer Kombination aus Körperarbeit, also auch sexueller Körperarbeit, sehr bewusste Berührung, also Elementen aus dem Tantra, aber eben auch Elementen aus dem BDSM, das heißt, ich bin schon auch eine gestandene Domina, der man mit Stiefeln und Leder begegnen kann. Also ich habe da ein sehr, sehr breites Potpourri an Möglichkeiten und ich unterrichte das auch, was ich mache, weil ich ganz großer Fan davon bin, von der Vorstellung, dass Menschen selbstbestimmt in ihrem Körper und ihrer Sexualität leben und sich sinnlich begegnen können. Und da sind wir ja schon beim Thema, wie kann das möglich sein, ja, in einer Welt, die geschlechterungerecht strukturiert ist und deren Erbe wir tragen. Ich habe mir ganz fast vorgenommen, mich im Vorfeld nicht extra ganz genau zu bilden, damit ich in kein Fettnäpfchen trete, sondern falls ich begrifflich in ein Fettnäpfchen trete, sehe ich mich einfach als so einen normalen Typen, der gerne dazu lernt, also stellvertretend für bestimmt ganz, ganz viele Menschen. Wir hatten ja davor schon ein bisschen Schriftverkehr und was mir aufgefallen ist, ist, also ich habe aus seinen Worten ein Wesen mit einer enormen Bannbreite rausgelesen. Also ich habe irgendwie gleich eine, also wirklich eine Kämpferin auf einer Barrikade gesehen für bestimmte Sachen, also die wirklich sieht, dass sich in der Gesellschaft was verändern muss, also auch einen starken gesellschaftspolitischen Anspruch. Ich habe aber auch was rausgehört, wo ich dachte, du könntest auch eine Professorin sein an der Uni, also du sagst ja auch, du unterrichtest etc. So, was hat dich speziell dazu gebracht, jetzt zehn Jahre lang wirklich da an diesem Ort zu dienen, an dem du dienst? Also was genau bringt es dir? Fangen wir mal so an. Ich bleibe verbunden, also ich bleibe so verbunden, ich bin im Herzen, also ich bin sozusagen im Herzen da, wo es pulsiert. Ich bringe Menschen so tief in ihre Gefühle oder auch in eine Form von Loslassen oder Hingabe und das hat ja auf mich die gleiche Wirkung. Also nicht die gleiche Wirkung zum Glück, also eine muss ja die Sache führen, aber ich bin ja zum Beispiel auch berührbar in meinen Sessions. Das heißt, ich gehe immer wieder selber auch in diese Qualität hinein. Ich glaube, ich wäre vergangen, wenn ich, also ich habe, so wie du es gesagt hast, einen sehr starken Verstand. Und wenn der sozusagen alleine vor sich hin trabt, wie so ein losgelassenes Pferd, dann ist der einfach, reitet er von dannen. Und ich musste sozusagen selber in meinem Leben so viel arbeiten, also mich selber hineinzubringen, also in meine Sinnlichkeit, in meine Liebe auch. Also wirklich die Herzensliebe zu mir selbst und zu den Menschen, also zu den Menschen hatte ich sie, glaube ich, immer. Aber es ist so eine, das ist ja eine Liebespraxis. Also im besten Sinne ist es sozusagen ja wie das beste Bild der Heteren oder der Musen oder der Liebesdienerinnen, eine Liebespraxis zu haben. Also das ist das, was ich mache. Ich bringe Menschen so, es ist so verdienstvoll, Menschen das Gefühl zu vermitteln in sehr kurzer Zeit und das kann Berührung. Also das kann, das ist nichts, was man verstehen kann, was man in tausend Therapiesitzungen irgendwie besprechen kann. Selbstliebe ist ein großes Wort, über eine Berührung zu sagen, wow, du bist okay. Du bist, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sage, also das, weil das meine Arbeit tatsächlich durchzieht, dieses, du bist wunderbar, du bist großartig, du bist hier, das ist, das ist genug, du bist richtig. Und das ist erstmal der Startpunkt. Und von dort gehen wir los. Und das ist einfach, ab dem Moment entsteht Magie. Und ich glaube, dass Sexarbeiterinnen eigentlich auch ein bisschen Hexen sind. Also ich habe immer das Gefühl, das ist so eine Art zeitgenössisches Hexentum, was ich hier mache. Ich sitze hier so und verkaufe das als Sexarbeit oder als Domina. Das sind alles irgendwelche Begriffe, die vollkommen unwichtig sind. Weil eigentlich, was hier passiert, ist so eine Art zeitgenössische Magie und Menschen gehen tatsächlich transformiert raus oder weiter. Also wenn ich das höre, ich muss da an einen meiner ältesten Lehrer denken, der sich sehr, sehr viel mit matriarchalen Gesellschaftsformen beschäftigt hat. Er hat immer gesagt, dass es zu der damaligen Zeit sehr wahrscheinlich so etwas gab wie Priesterinnen, die einfach Eros gedient haben. Und die Eros aber auf eine wirklich sehr praktische Weise gedient hat. Also Sexarbeit, das klingt ja irgendwie, es klingt unglaublich nüchtern. Aber was du beschreibst, da höre ich ja ganz viel Liebe raus und ganz viel Würde. Und deswegen freue ich mich ganz doll, dass wir hier sprechen. Weil ich glaube, dass dieser ganze Gesellschaftsbereich so verdrängt worden ist ins Dunkle und dass der eigentlich total gefeiert werden sollte, dass es diese Möglichkeit gibt. Dass es zum Beispiel dich gibt, dass jemand, der sagt, ich habe hier was zu befreien und ich habe im Augenblick keinen Partner, keine Partner, mit dem ich das machen kann. Ich habe hier einen wirklich sicheren Raum. Ich möchte gerne eine kurze Geschichte erzählen, die mir eigentlich zum allererst mal so verdeutlicht hat, wie krass diese Spaltung in unserer Gesellschaft ist. Also ich selbst bin nie im Puff gegangen oder so. Das war nie mein Bestreben. Aber ich hatte mal einen Klienten, der ist zu mir gekommen. Und er war total verzweifelt, weil er ist aufgeflogen damit, dass er über zehn Jahre lang immer wieder heimlich zu Frauen gegangen ist, zu Sexarbeitern gegangen ist. Und das ist aufgeflogen. Für seine Frau war das natürlich ein Riesenschock. Dann sind die zur Therapie gegangen und basically ist er rausgekommen aus der Therapie mit dem Stempel. Er ist sowas wie ein Sexmonster. Und er hat es wirklich geglaubt. Also der war vernichtet und er hat sich geschämt. Und für mich war es total schön dann zu sehen, also in der Arbeit, also auch die Frau ist zu uns gekommen. Und erst mal war der ganze Schmerz da. Die konnten miteinander reden. Aber was dann eigentlich rauskam, war, dass der Typ überhaupt erst mal sagen durfte, zeigen durfte, was er dort gesucht hat, was er in seiner Ehe nicht gefunden hat. Und wie wertvoll das war, diese Brücke zu schließen. Also wie oft kommt es vor, dass Menschen zu dir kommen, bei denen du siehst, spürst, ey, die kriegen es nicht hin, das in ihrem Alltag umzusetzen. Es ist ständig so. Also es ist auch tatsächlich, also mich berührt das sehr, was du gerade gesagt hast. Und es erinnert mich eben einfach auch daran, dass, also was sozusagen so ein bisschen so ein Grundding ist, ist an Sexualität, also an einer freien und freudigen Sexualität klebt so viel Scham und Schuld. Also das ist einfach dieses Erbe und das ist also so ein patriarchales Erbe, Erbe einer, einer rigiden kirchlichen Tradition, die wir haben. Du hast es sehr, sehr viel davon in deinem Buch ja wirklich wahnsinnig gut beschrieben und das, also dass das, wie viel Leid das erzeugt. Also das, das ist, das ist zum Teil wirklich sehr dramatisch und das ist, es ist genau das, also dieser, ich glaube, ich musste ganz viel in meinem Leben machen, so, dass ich mir immer gedacht habe, was, wenn ich nicht wüsste, wenn ich das alles nicht wüsste darüber. Also sozusagen, also auch Sexarbeit zu machen, das war, ich hatte ja auch all diese Bilder, also ich hatte diese Bilder, als Frau bin ich verkauft, verraten, gedemütigt. Also eine Frau, die eine sexuelle Dienstleistung anbietet, ist per se sozusagen, also nicht nur selbst gedemütigt, sondern lässt sich noch demütigen im Namen aller Frauen, weil sie sich als Ware macht und all das. Und ich habe irgendwie gedacht, oder ich habe das gar nicht gedacht, ich habe, glaube ich, einfach praktiziert, das ist etwas, was ich sehr, sehr, wie eine spirituelle Praxis, was, wenn ich das nicht wüsste. Also ich versetze mich in einen totalen Beginners-Mind und gehe hier rein und frage mich, was erlebe ich jetzt wirklich. Und es war was vollständig anderes und das hat mich, das war wirklich wie ein Schlüsselerlebnis, dass ich dachte, habe ich was verpasst? Oder kann es sein, dass ganz, ganz viele Geschichten, die wir uns erzählen über weibliche und auch über männliche Sexualität schlicht nicht wahr sind? Oder wenn, also das ist ja eben das Komplexe, es gibt Wahrheiten, natürlich gibt es Wahrheiten darin, also natürlich ist auch nicht das Ganze, also deshalb habe ich ja auch so ein politisches Verständnis davon, nicht die ganze Sexbranche, also nicht jede Sexarbeiterin kann so arbeiten wie ich und arbeitet auch nicht so wie ich. An ganz vielen Arbeitsplatzungen findet eine Sexualität statt, die ich nicht haben möchte, allerdings findet auch in sehr vielen Ehebetten eine Sexualität statt, die ich nicht haben möchte. Also zwischen uninformiert, uninspiriert, nicht sinnlich, nicht im Kontakt bis hin zu übergriffig sind die Sexualitäten, die auf dieser Welt stattfinden. Aber das ist sozusagen ein Wandlungsmoment, also die Frage, woran liegt es, dass eine Begegnung stattfinden kann auf Augenhöhe und wie können wir wirklich eintauchen in das Potenzial, das wir sind? Und das hat mich interessiert. Und warum kann das hier stattfinden? Also da unter der Prämisse, wo am meisten vermutet wird, hier findet Missbrauch statt, haben die wunderbarsten Momente stattgefunden. Und tatsächlich, also die Erfahrung, dass ich als Frau auch wirklich mehr Lehrende bin, also dass ich wirklich sozusagen in eine Führungsrolle auch gehe in dieser Arbeit, weil ich sehe, wie groß der Bedarf ist von ratlosen, hilflosen Menschen, die sozusagen taumeln in ihrem Körper und fragen, ich weiß nicht, wie das geht, ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll, ich weiß nicht, wie ich in Kontakt gehen soll und das Männer und Frauen, also viele Geschlechter, sage ich mal. Und dass es dafür Lehrende braucht, es braucht Praxis dafür und Sexarbeit kann ein Ort der Praxis sein. Es muss natürlich nicht der einzige sein, soll nicht der einzige sein, aber ja, also und dass es diese Räume nicht gibt, liegt eben an einem verdickt von Schuld und Scham, das immer noch auf Sexualität liegt, aus sehr, sehr unterschiedlichen Gründen. Also wenn ich dir so zuhöre, denke ich, es sollte eigentlich jemanden wie dich in jeder Schule geben, weißt du, wenn diese Klassen kommen, wo aufgeklärt wird, anstatt irgendwelche Filme zeigen, also einfach jemanden, ich sage jetzt mal von der Front, jemanden aus der direkten Erfahrung reinbringen ins Feld. Also wie erlebst du deine Position in der Gesellschaft? Erlebst du viel Zustimmung? Hast du Ablehnung? Wie ist es? Also ich meine, ich bin mir bewusst, dass du sehr wahrscheinlich in diesem Bereich Sexarbeit schon relativ, vermutlich, elitär und geschützt arbeitest. Ja, also ich meine, das muss man einfach wirklich dazu sagen, wie privilegiert meine Position ist, also als sowohl gebildete Frau, weiße Frau, Frau mit, also Cis-Frau, also Frau, die sozusagen mit ihrem weiblichen Körper identifiziert ist und als Person mit deutschem Pass, also was ja auch schon ein Ass im Ärmel ist, das ganz viele Menschen nicht haben und vor allem Menschen in der Sexarbeit häufig nicht haben. Sexarbeit dient, das möchte ich einfach nochmal festhalten, für viele Menschen schlicht dazu, ganz profan ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Also und das kann von richtig krasser finanzieller Not sein, also eben, weil Menschen prekär leben, weil Menschen keinen Aufenthaltsstatus haben, deshalb keine andere Arbeit machen können, bis hin zu einfach Akademikerinnen, die in ihrem sehr hochqualifizierten Job kein Berufsfeld finden, wo sie genug verdienen, um ihre Familie zu ernähren oder Studentinnen oder selbst, keine Ahnung, also es gibt Interimsentscheidungen, zu sagen, okay, jetzt mache ich einfach Sexarbeit, weil das ist zeitsparender, als fucking an der Kasse zu sitzen oder in der Gastronomie mir die Nächte um die Ohren zu schlagen. Also das gibt es wirklich viel und das ist einfach mal wichtig zu wissen, dass nicht alle Sexarbeitenden irgendwie sich hinsetzen und sagen, ich fühle mich jetzt gerade so, als könnte ich irgendwie ganz viel von meinem sexuellen Wissen weitergeben, sondern, ja, es findet unter ökonomischem Zwang statt. Und so hat es ja auch für mich angefangen. Also ich habe das auch gemacht, weil ich einfach sehr viel mehr Geld verdienen konnte in kürzerer Zeit. Aber das war nicht der Grund, warum ich so lange drangeblieben wäre, sonst hätte ich ja irgendwann was anderes gemacht. Und ja, also du hast mich gefragt, wie ich darauf angesprochen habe, ich habe das ja gewandelt. Also ich habe sozusagen wirklich, ich habe mich entschieden, kein Doppelleben zu führen. Das machen ja auch die meisten Sexarbeitenden eben aufgrund des Stigmas, dass du jetzt für, es gibt es für Sexarbeitende und für ihre KundInnen gibt es ein unglaubliches Stigma. Also das zu erzählen irgendwo, wenn ich jetzt noch vorgehabt hätte, doch noch Juristin zu werden und vielleicht in Staatsdienst zu gehen, dann, das ist, das, das habe ich mir jetzt zerschossen für diese Existenz. Also nicht, dass ich dem nachweinen würde, aber einfach sich das zu, vor Augen zu führen, Staatsdienst oder auch ein großes Unternehmen, das mich googelt mit meinem Klarnamen, forget it. Also nicht mit der Biografie. Ich kann jetzt sagen, ich kann jetzt wirklich mein ganzes Leben lang nur noch auf den Strich gehen, auf gut Deutsch. Ich mache es ja auch gern, aber das ist ja nicht für alle so. Ja, und also ich habe es gewandelt. Ich habe sehr, sehr viel dazu gesprochen. Es ist, es ist ja wirklich meine Mission. Insofern habe ich sehr, sehr viel positiven Zuspruch. Ich weiß aber, wie viel Diskriminierung und auch tatsächlich, ja, also der Gefahr von körperlichen Übergriffen, Sexarbeitende ausgeliefert sind. Ist es, also mal angenommen, das sieht jetzt jemand, Frau oder Mann, die regelmäßig vielleicht die Dienstleistung in Anspruch nehmen, ist es aus seiner Sicht ethisch okay, zu einem Menschen, zum Beispiel zu einer Frau zu gehen, von der du weißt, okay, die macht das nicht freiwillig, sondern die macht das wirklich aus dem krassen Zwang heraus? Das ist eine, also die Frage ist insofern komplex, als dass man erst mal fragen müsste, was ist Zwang im Kapitalismus? Also die Tatsache, dass wir Geld verdienen müssen, um zu überleben oder Miete zu bezahlen oder so, das gilt ja für jede Form der Lohnarbeit. Also sich eine Welt vorzustellen, in der ich wirklich nur noch das mache, was ich machen möchte, weil ich es ideell und für mich erfüllend finde, das ist eine echte Utopie. Im Moment leben wir noch so, dass Arbeit auch die Funktion hat, neben Selbstverwirklichung oder sonst was. Das ist ja schon Privileg, Arbeit als solch, also mit dem Zweck zu versehen. Für die meisten Menschen ist Arbeit einfach ein Weg, Geld zu verdienen. Und da gibt es verschiedene Abstufungen der Freiwilligkeit, natürlich. Aber ich muss doch eine Entscheidung respektieren. Also wenn jemand sagt, das ist für mich der bessere Weg und damit auch ein Integer ist, das ist jetzt nicht das Schönste, dass ich jetzt irgendwie dein, weiß ich nicht, hier bin und mit dir diesen Sex habe, aber es ist für mich okay, das ist eine völlig integere Entscheidung. Wenn jemand aber natürlich unter Zwang, also es gibt natürlich auch Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und das ist davon ganz klar zu unterscheiden. Also das ist einfach eine Unterscheidung zwischen konsensuellem und nicht konsensuellem Sex und die Frage, wie sehr es in der Lage ist, jemand diesen Konsens wirklich zu geben. Also ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich in deiner Arbeit an dem Punkt bist, dass du schon einfach ziemlich genau das machen kannst, was du willst und auch Stopp sagen kannst. Also so klingt das für mich. Seit Jahren. Also das ist sozusagen, das ist ja lustigerweise auch genau das. Also das war eines der für mich auch interessantesten Forschungsfelder, dass ich mich, also dass ich quasi wirklich rausfinden konnte, ich musste erst mal so eine Art Generalputz machen in meinem System und sagen, okay, ich stelle ständig fest, dass für mich Dinge okay sind, von denen ich immer dachte, dass die ganz schlimm sind oder dass die nicht okay sind. Und wer bin ich denn eigentlich? Also wie kann das sein? Also das meinte ich mit diesem Beginners-Mind. Und ich habe erst mal sozusagen das ganze Ding freigeräumt und gesagt, ich gehe jetzt mal völlig ergebnisoffen in dieses Feld rein und finde raus, was für mich stimmt und was nicht stimmt. Und so konnte ich wie das Ganze neu vermessen. Und das habe ich ja auch mal geschrieben. Also sozusagen, ich konnte mein Königinnenreich neu kreieren mit meinen Grenzen. Also ich konnte alles rausschmeißen, was ich vielleicht nur gedacht habe, weil meine Mutter das schlecht gefunden hätte oder weil es gesellschaftlich nicht anerkannt ist oder weil es nicht dem Bild entspricht, wie wir Frauen gerne sehen wollen. Das heißt, davon habe ich mich befreit und habe dann gemerkt, okay, das hier, das ist für mich gut und das nicht. Und das sind Prozesse, also da habe ich natürlich einen Lernvorsprung. Also ich habe einen Wissensvorsprung, den ich jetzt teilen kann. Also weil die meisten Menschen haben nicht so viel Zeit und nicht so viel Raum, sich so ausführlich damit zu beschäftigen, wie sie eigentlich sexuell ticken oder wie sie sich sicher fühlen können auch in einer Begegnung. Also wie kreiere ich eigentlich eine Begegnung, die so ist, dass sie dir gefällt und dass sie mir auch gefällt? Ja, das ist ja eine große Frage. Also Kommunikation im und über Sex ist einfach ein ganz großes Feld. Und da habe ich das Gefühl oder haben viele Sexarbeitende einen Wissensvorsprung, weil wir das ständig machen müssen. Also wir müssen ständig eine Situation herstellen, in der wir mit uns selbst in Kontakt sind und mit jemand anders und da in Kontakt sind. Also wenn jetzt, ich finde hier immer ein Fall, Typ taucht auf, sage ich hier, 10.000 Euro und er verlangt aber was von dir, worauf du keinen Bock hast oder was du nicht willst, dann sagst du, stopp. Ja. Also bist du nicht wirklich käuflich an der Stelle? Ich bin sowieso nicht käuflich. Also das ist ja, das ist ja mal eins dieser Mythen, die ich, also dieser unglaublich frauenfeindliche Satz auch, die Frau als Ware. Ich verkaufe ja, ich meine, ich habe alle meine Organe noch. Ich bin ja eigentlich noch, ich fühle mich noch recht bei mir. Ja, ich habe mich nicht verkauft. Ich verkaufe meine Zeit oder eine Dienstleistung. Also ich verkaufe, wenn man es jetzt irgendwie ein bisschen ketzerisch sagen würde, ich verkaufe einen Erlebnisraum. Also ich verkaufe eine Zeit und auch eine Reise oder so. Also ich bin sozusagen wie so eine ganz spezielle Reiseführerin und meine Körperlandschaft kann auch Teil des Reiseziels sein. Also ich bin sozusagen ganz interaktiv dabei. Ja, aber das heißt, ich bin ja, ich meine, sorry, aber ich bin aus dem Tanz und aus der Performancekultur und Tänzer geben ja auch ihren Körper. Ja, also vollständig, also noch viel mehr. Also wie viel Dedication ist da drin, sozusagen seinen Körper so zu trainieren und die ganze Zeit als Kunstprojekt auch oder als Kunstausdrucksform zu nutzen. Ja, also da gibt es noch mehr Berufe, die sehr körperlich sind und wo ich sozusagen mit dem Körper auch, ja, meine Arbeitskraft bestimme. Wir geben ja viele Paarcoachings. Und was wir immer wieder feststellen, also eines der, eine der großen Hürden, um also für Paare sexuell wirklich erstmal überhaupt in diesen Beginnernsmein zu kommen, von dem du sprichst, also zu gucken, was wollen wir denn eigentlich, ist eine ganz, ganz große Angst davor, etwas zu tun oder etwas zu erleben, was meine Würde verletzen könnte, was ich total verstehe. Ich würde gerne über diese Würde mit dir sprechen. Hast du in diesen zehn Jahren, hast du Erfahrungen gemacht, von denen du sagen würdest, die haben deine Würde verletzt? Also es gab sicherlich, es gibt immer wieder Situationen, wo ich auch darauf aufpassen muss. Also Menschen, ich bin jetzt inzwischen nicht mehr so sehr in dem Feld, also Menschen, die mir entgegentreten, treten mir mit großem Respekt entgegen und würden auch immer erst fragen, bevor sie etwas, also wenn sie einen Wunsch haben, mich danach fragen. Das ist ja auch die angemessenste Form, sodass ich die Freiheit habe zu sagen, ja oder nein. Aber das war natürlich nicht immer so. Und das ist vor allem, das ist ja auch das Lustige, dass man das immer auf den käuflichen Sex projiziert. Mir ist das viel häufiger passiert in nicht bezahlten Kontexten, dass Menschen einfach über meine Grenzen gelatscht sind. Also das Maß an Unbewusstheit, das eigentlich in der Alltagswelt besteht, wenn wir in sexuelle Begegnungen gehen, ist ja irgendwie unfassbar eigentlich. Also das möchte ich einfach wirklich nochmal festhalten, weil es wird ja ganz oft über Sexarbeit so gesprochen, als wäre das die Welt, wo irgendwie ganz schreckliche Dinge passieren und irgendwie Sodom und Gomorra herrscht und wir haben aber die friedliche und schöne private Sexualität. Das ist natürlich totaler Bullshit. Also erstens ist sozusagen der häusliche Bereich für Frauen häufig der gefährlichste Ort, wo sie sich aufhalten können. Und B, also jetzt mal abgesehen von Übergriffen oder Gewalt, ja, einfach die Würde trifft es wirklich gut. Also ich habe so würdelose sexuelle Begegnungen gehabt, wo ich jetzt gar nicht sagen würde, okay, ich bin Missbrauch, also nicht wirklich ein Übergriff oder ein Missbrauch, aber es war einfach so doof. Und das habe ich weniger in der Sexarbeit erlebt tatsächlich. Also weil da halt eine viel bewusstere Form besteht, da möchte ja jemand was von mir. Und da ist die Frage, wie machen wir das? Also diese Form der Bewusstheit, die wünsche ich mir natürlich, die wünsche ich mir auch im privaten Bereich. Also ich glaube, es geht wirklich sehr, sehr viel um eine Konsenskultur. Also es geht um die Frage, können wir, also es geht ja erstmal darum, zum eigenen Wunsch zu stehen, also sich den auch wirklich zu gönnen und sich zu erlauben und erstmal zu sagen, du kannst jeden Wunsch haben, den du haben möchtest und dann kann ich ihn in Kontakt bringen. Und das bedeutet, dass man gegenüber sagen kann, wow, what the fuck, also das ist mir echt too much. Und das ist ja auch völlig okay. Also ich meine, das muss man ja gar nicht bewerten. Beides muss man nicht bewerten. Dann ist halt nur die Frage, okay, wie komme ich dann zu meinem Wunsch und muss ich damit vielleicht woanders hingehen, zum Beispiel zu einer Sexarbeiterin oder muss ich viel joggen gehen und kalt duschen oder, also ja, ich muss, aber es gibt eine Verhandlung. Und was wirklich ätzend ist, was eklig ist, ist, wenn Menschen nicht im Kontakt sind mit ihren Wünschen, aber sie, oder eben Scham und Schuld sie verkleben, dadurch kein wirklich klarer Kontakt darüber stattfindet und sie dann so irgendwie doch versucht wird, sie zu bekommen. Also das ist sozusagen das Phänomen Creepiness, ist sozusagen genau das. Ich frage nicht wirklich, hey, möchtest du, was weiß ich, mit mir eine tolle sexuelle Nacht haben, sondern ich schmiere mich irgendwie ran und versuche mir zu holen, was ich brauche. Und das merkt man sofort. Verdeckte Wünsche, schambehaftete Wünsche kommen auch immer irgendwie toxisch an. Ja, für noch in meiner Erfahrung dann oft erst mal so schräge Abzweige. Also zum Beispiel aus vielen Gesprächen mit Männern weiß ich es, weil man sich nicht getraut, dem Wunsch überhaupt erst mal zu äußern, der Frau gegenüber, die dir eigentlich die wichtigste ist, gehst du zum Beispiel ins Internet und ziehst dir irgendeine Pornografie ein, die diese Fantasie erfüllt. Aber es ist ja eigentlich nicht das, was du wirklich willst, sondern eigentlich willst du es hier kommunizieren. Also lass uns mal diese unglaublich heikle und diffizile Grenze näher erforschen, Scham. Also Sex ist ja wirklich ein totaler, eigentlich passiert so viel im Kopf, dass wir uns überhaupt nicht erlauben, das überhaupt erst mal zu denken. Also was kann ein normaler Mensch, der merkt, okay, meine Sexualität ist nicht wirklich frei und ich merke, wann immer da um was anklopft. Das sind ja manchmal total banale Sachen. Wie komme ich als normaler Mensch überhaupt erst mal dazu, durch diese Scham hindurch, mir selbst einzustehen, okay, das ist mein Wunsch. Und es ist okay, dass ich diesen Wunsch habe, auch wenn der Pfarrer auf meinem Dorf dazu gesagt hätte, das verkürzt das Rückgrat oder sonst was. Ja, oder mir fallen die Hände ab oder so. Oder irgendwie, keine Ahnung, was noch alles abfallen kann. Aber da sind ja die abstrusesten Fantasien. Ja, das ist, also ich glaube, wir können das nur, es ist gut zu fragen, was kannst du selbst tun, aber ich denke, das ist echt auch eine kollektive Aufgabe. Also das, was ich mache, was du ja auch machst, was Ilan macht, was Menschen machen, die in dem Feld arbeiten, zu sagen, sexuell, also das sexuelle Feld zu öffnen, als wirkliches, das schaffen wir nur als Gemeinschaft oder als Kollektiv, diese tiefen Tabus irgendwie anzugehen. Also eine Kultur der sexuellen Kommunikation, das reicht nicht, wenn einer das sagt. Es braucht sozusagen ein Verständnis, dass es gut ist, sich mitzuteilen, dass es gut ist, dass es sozusagen, dass ein Wunsch kein Angriff ist, sondern ein Vertrauensbeweis. Also wenn ich dir sage, wie es mir geht und was ich wirklich brauche, ist das so, wow, thank you, ich habe mehr über dich gelernt. Und jetzt kann, und das ist erst mal, das steht für sich und dann kann ich gucken, ah ja, wie geht es mir denn eigentlich damit, wie möchte ich das? Und dann wird auch klar, also von wegen irgendwie, ich hätte Angst, dass etwas passiert mit mir, was meine Würde verletzt. Wenn ich einem Wunsch begegne und den erst mal zu mir nehme und sage, ah wow, appreciation, also das höre ich von dir und dann kann ich das in mir bewegen und da gibt es natürlich auch Abstufungen. Also da gibt es Sachen, wo ich sage, wow, das wollte ich eh schon die ganze Zeit machen, ist ja der Hammer, warum hast du mir das nicht längst gesagt? I'm ready to rumble. Und dann gibt es so Sachen wie, oh, das finde ich interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber why not? Also lass uns das ausprobieren. Oder ist nicht so meins, aber weißt du Schatz, ich liebe dich wirklich sehr und irgendwie, ich möchte, dass es dir gut geht. Das ist ja auch eine völlig integere Form, Konsens zu geben. Also das ist ja auch eine total schöne Form. Im Wheel of Consent von Betty Martin wäre das sozusagen auf dem Tortenstück des Dienens. Also ich kann sagen, ich mache etwas, nicht weil es mein Interesse ist, aber ich möchte dir was Gutes tun. Das ist eine super schöne Form, Ja zu sagen. Oder bis hin zu, nee, das ist wirklich nicht mein Ding. Es tut mir leid, ich möchte das nicht mit dir machen. Das heißt, allein diese Variation von Zustimmung eröffnen ja auch ein Spielfeld. Also ich habe zum Beispiel ganz viele Dinge, auf die ich niemals gekommen wäre, ohne dass Menschen mich danach gefragt hätten, habe ich gemerkt, wie cool die sind. Also wie viel Spaß sie mir auch machen. Also wie heiß die mich auch machen. Oder also ich habe mich sozusagen darüber sehr viel sexuell erlebt, dass ich auf Wünsche eingegangen bin, auf die ich einfach nicht gekommen wäre. Und dieses, da sind wir nochmal beim Spiel. Also für mich wäre sozusagen eine Welt, in der wir offen über unsere Wünsche kommunizieren, tatsächlich so eine Alice im Wonderland World. Also weil das einfach total viel Experimentierfeld eröffnet. Lass uns über dieses spannende Stück auf der Torte sprechen, also wo wir in den Bereich des Dienens kommen. Das fand ich nämlich irgendwann mal total befreiend zu verstehen. Also dass diese fixe Vorstellung, die wir glaube ich immer haben, eine sehr romantische, dass Sex immer ein hundertprozentiger Match sein sollte, was ja schon mal allein von einer unterschiedlichen Biologie fast nie funktioniert. Also es ist ja eher so, dass, also wenn man Gott glaubt, könnte man sagen, der hat sich einen ordentlichen Witz mit uns erlaubt, weil er so viele verschiedene Anteile, Bedürfnisse an uns gepflanzt hat. Und dass sich ja viele Menschen schwer tun mit der Vorstellung, okay, also ich habe nicht wahnsinnig Bock darauf, aber ich könnte dir jetzt an der Stelle echt einen Gefallen tun. Und das ist ja gerade für Paare, die zum Beispiel sagen, wir möchten monogam leben, ein unglaublich spannender Bereich. Weil wenn ich da an der Stelle sage, nee, ist nicht mein Ding, will ich nicht, dann wird das ja plötzlich so eng. Es ist auch, also ganz kurz, ich finde das tatsächlich, also für mich ist das auch mit die realistischste Form von Sex. Also natürlich, das, was du gerade beschrieben hast, das ist für mich so, so wichtig. Also ich habe das Gefühl, einer der schädlichsten Mythen, die umhergeistern ist, dass Sex immer sozusagen so, bam, von beiden so aus sich heraus organisch entsteht und das ist dann immer ein Flow, der sozusagen niemals endet und das ist dann auch für immer so, weil man hat ja geheiratet. Also das sind ja noch so viele, diese monogamen Verdickte, also die, die zu tun haben mit romantischen Bildern, die wir kennen aus Hollywood oder aus der Kirche tatsächlich. Also die sind ja so schädlich, also weil sie uns davon abhalten, zu fragen, was ist denn jetzt gerade? Also wie begegne ich meinem Körper heute und wie begegne ich dir heute? Du bist immer wieder neu. Ja, also ich kenne dich 20 Jahre, aber ich weiß immer noch nicht alles über dich und das ist so wunderbar. Deshalb, deshalb macht es so viel Spaß, noch mehr Leben mit dir zu verbringen und das muss natürlich auch, oder ich würde mir wünschen, dass das auch sexuell gilt, dass ich sozusagen don't taking things for granted, also glaube nicht, dass du schon wüsstest, was passiert und was dein Partner braucht vor allem. Und deshalb ist es unabdingbar, mich immer wieder in Kontakt zu bringen, um dieses, um das Neue auch aufrechtzuerhalten. Also das, und die Frage, warum haben wir Sex, die ist also überhaupt nicht beantwortet. Also die, 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 aus so vielen Gründen kann man Sex haben und, und, und meistens oder häufig, also es ist natürlich wahnsinnig schön, wenn beide aus Leidenschaft und weil es jetzt irgendwie so, ne, so zündet und so, aber häufig ist, hat man nicht aus den gleichen Motiven Sex. Also Menschen haben, zwei Menschen, die an der gleichen sexuellen Situation beteiligt sind, haben vielleicht aus sehr unterschiedlichen Motiven Sex und das ist erstmal okay. Es gilt nur, das anzuerkennen und zu sehen, wer will hier was von wem und ist es ein befriedigendes Erlebnis für beide? Und ein befriedigendes Erlebnis, also darauf will ich darauf, kann auch sein, zu sagen, es geht jetzt gerade nicht um mich. Also für, für, für mich war das ein echter Durchbruch. Also Andrea und ich, wir waren mal, das ist schon lange her, auf einem sexuellen Weiterbildungsseminar, damals noch in Berlin und die Hausaufgabe war damals, okay, uns mal für, für ein paar Wochen jede Nacht abzuwechseln. Also das heißt, eine Nacht war ich quasi, man könnte sagen, eine Sexarbeiter für Andrea und es ging wirklich, es ging einfach nicht um meine Lust, sondern es ging darum, was war Andrea, wie will sie berührt werden, etc. Und wir haben erlebt, das war für uns beide so befreiend, weil der Fokus plötzlich viel klarer war. Also Andrea konnte sich voll darauf konzentrieren, was sie will und wie sie es will, das genau beschreiben, anstatt darüber nachdenken zu müssen, ob ich jetzt auf meine Kosten komme. Und für mich war es gleichzeitig auch total befreiend, weil ich konnte ihr einfach dienen und habe gemerkt, dass das auch, wenn es in einem Rahmen von Würde passiert, eine unglaublich sinnliche und erfüllende Erfahrung sein kann. Naja, da überrascht sie natürlich eine Domina nicht unbedingt mit. Also das, sorry, aber die ganze Welt des BDSM ist sozusagen, lebt von der, also von der Reise, dem Reichtum, wie wunderbar es ist, quasi zu dienen oder zu geben. Also und das sozusagen wirklich als sehr, sehr großes Konzept. Also ich rede jetzt nicht von, das ist auch eben wirklich würdevoll. Also Submission oder die Art, the Art of Submission hat was zutiefst Würdevolles, wenn man es wirklich zu sich nimmt. Und ein Anteil ist davon, ja, zu geben in einer, das ist auch super romantisch übrigens. Also BDSM ist auch, hat was ganz, ganz romantisches, weil wirklich ein Partner oder eine Partnerin sagt, I'm all yours. Take me. Oder ich, also ich bin jetzt für dich da. Und das ist wahnsinnig schön. Also ich glaube, deshalb kann ich auch mit BDSM ja vielen Paaren, also Menschen, die jetzt nicht schon immer von Fesseln und keine Ahnung, was geträumt haben, sondern wirklich BDSM kann Langzeitpaaren auch echt nochmal immer neuen Spin geben, um zu sehen, ah, okay, wir können das hier alles auch nochmal ganz neu begreifen und auch mit diesen Rollenspielen. Kommen die dann zusammen zu dir oder kommt zuerst der eine oder die andere? Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich auch das, wo ein Partner oder eine Partnerin dann sagt, ich merke in mir, ich habe diesen Anteil und ich kann es im Moment nicht mit meinem Partner, eben vielleicht, weil so ein Tabu da ist, weil so eine Angst auch da ist, also das ist ja auch so was. BDSM ist ja auch so ein Feld, wo es ganz viel Fantasien dazu gibt, wie krank das sei und wie schlimm und also, ja, und ich meine, alle BDSMler sind immer so, seriously, also ich kenne kaum wirklich in dem ganzen Feld, ich bin ja viel, viel rumgekommen, auch in der sexpositiven Welt und auch in der Tantra-Welt und die Menschen, die wirklich am klarsten, am humorvollsten, am spezifischsten über Sex reden, sind halt BDSMer und das trotzt all den Vorurteilen, die sozusagen über BDSM in dieser Welt existieren. Übrigens, die meisten Grenzüberletzungen, die ich erlebt habe, waren häufig im Feld vom Tantra. Also, und das ist erstaunlich, denkt man, wir sind alle so achtsam, aber es ist halt ganz oft so eine, da gibt es manchmal nicht eine wirklich präzise Kommunikation. Also, da gibt es immer so ein, ah, wir sind jetzt irgendwie im Flow und das ist irgendwie so stimmig und da drin wird alles so ganz waberig und das ist für mich manchmal sehr schwierig, weil ich, ja, die Klarheit mag. Ja, und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass, dass die Frage, wie finde ich eine Sprache für meinen Sex oder wie finde ich eine Ausrichtung auch, also wie weiß ich, das bin ich und das bist du. Auch wenn wir jetzt zusammen, also wir gehen in etwas gemeinsam und das ist Magic, aber dafür braucht es erstmal mich und dich und das ist wichtig. Diese Klarheit ist nicht immer vorhanden, also das ist leider so. Na, nicht immer, wahrscheinlich so gut wie nie, also wer, wer von uns hat es denn gelernt? Also das finde ich den größten Witz an dieser ganzen Geschichte. Es ist das komplexeste, das feinfühligste Thema überhaupt und irgendwie gehen wir alle mit Erwartungen an, das muss so nebenbei, müssen wir das so draufkriegen, ja. Ja, und es muss natürlich, also das sind ja auch meine Reizworte, ist irgendwie, das passiert natürlich und das ist sozusagen, also natürlich und im Flow, das sind für mich immer so Sachen, wo ich denke, okay, ich gucke erstmal, was jetzt passiert. Nicht, dass ich nicht, also ich bin ein großer Fan von Flow, meine ganze Arbeit basiert auf Flow, aber es ist trotzdem, also ich muss ja in der Achtsamkeit bleiben, was passiert hier gerade? Kommst du dir auf Paare, um erstmal einfach nur miteinander sprechen zu lernen? Ja, zum Teil ja, weil es eben, also Sprache und Sex haben ja auch ein ganz eigenes Verhältnis und ich kann das verstehen, also gerade, weil ich sozusagen auch eine Frau bin, der Sprache und des Logos, hatte ich ganz oft das Gefühl, es gibt wie so eine totale Kluft zwischen dem, was ich körperlich leben kann, erleben kann und auch auslösen kann und dem, was und wie ich spreche. Also das ist ja ein bisschen so das Thema auch, was wir hatten, wenn man über Geschlechter redet, aber das, darüber können wir vielleicht noch, nochmal sprechen, also dass es sozusagen wie so eine Kluft gibt und dass ich das Gefühl hatte, ja, ganz viel, was ich jetzt hier lerne auf dieser körperlichen Ebene, das ist auch, das ist vorsprachlich, das kann ich irgendwie gar nicht, wenn ich Worte dafür verwende, dann ist es schon wieder kaputt, weil Sprache immer so, alles so zerteilt und das aber auch so ein Gefühl ist von, ich bin das erste Mal wieder ganz, also ich bin das erste Mal eben nicht zerteilt, sondern ich habe Gefühle, körperliche Gefühle von ganz sein und trotzdem bin ich ein totaler Fan davon, wirklich auch diese Erfahrung aussprechlich zu machen, weil sonst bleibt eine Leerstelle dort, wo wir die größte Ekstase empfinden, wo die größte Lust ist und wo auch eben diese Gefühle von ganz sein passieren. Das ist sonst wie in so einer anderen Welt und ich würde da auch auf dein Buch zu sprechen, also mich hat das ja, ich fand es ja wunderbar, wie du quasi diese Prinzipien von Logos und Eros daraus gearbeitet hast und deshalb ist das so eine Aufgabe quasi, aus dieser Welt von Eros, also von Ganzsein, von Sinnlichkeit, von Spüren, dafür eine Sprache zu finden, weil sonst gibt es immer so eine Zerteilung, also diese alte Dichotomie von Kopf und Körper, die ich eigentlich überhaupt nicht mehr akzeptieren kann. Also ich akzeptiere sie auch auf einer praktischen Ebene nicht, ich möchte, dass Menschen sprechen über das, was sie da erleben und ich frage sie auch, bis sie mir antworten. Da habe ich ja auch eine tolle Rolle als Domina, ich kann sie auch wirklich dazu zwingen, aber nein, also ich mache das auch zärtlich und mitfühlend und alles, also einfach, weil ich will, dass das aussprechlich bleibt. Ja, und wenn, jetzt lass uns über den Teil, wie hieß es, das war ein Rat, hast du gerade erwähnt, ne? Betty Martin hat das Wheel of Consent entwickelt und es gibt da, also das ist ein ganz, ganz wunderbares Tool, um aufzuschlüsseln, wo befinde ich mich gerade im Universum und was ist mein Wunsch? Also möchte ich etwas tun oder möchte ich etwas empfangen und dann auch, also ist das mein Wunsch oder mache ich das für jemand anders? Und das ist so, so hilfreich, weil insbesondere, also das ist meine Erfahrung, sorry, aber Frauen oder überhaupt weibliche Sozialisation führt häufig dazu, dass ich Dinge tue und mich über den Genuss der anderen Person meine Lust mir verschaffe. Also weil ich, weil ich denke, dass es dir gut tut, mache ich das jetzt und das, das gibt mir ein gutes Gefühl. Das machen aber auch nicht nur Frauen, das machen auch Männer, also das ist, und da in der Klarheit zu bleiben, ist das, das ist ja schön, also haben wir ja gerade rausgefunden, dass was für eine schöne Qualität das ist, aber ich muss auch in Kontakt sein damit, was brauche ich jetzt gerade? Also was, wie kannst du mir was geben? Und deshalb ist es übrigens auch sehr, ich glaube, die Arbeit zum Beispiel, die ich mache, Frauen in ihre Dominanz zu bringen, ist deshalb so verdienstvoll. Also es geht dabei gar nicht jetzt darum irgendwie, ob die jetzt, also was weiß ich, dass die Lack oder Lederstiefel anhaben oder ein tolles Kostüm oder irgendwie, das ist alles völlig, völlig schnullibulli, das ist sozusagen die Deko, die wirkliche Fragestellung, sozusagen um dominant zu sein, ist was, also wie finde, wie, was brauche ich? Also wie, wie bin ich plötzlich, wie bin ich Regisseurin einer, einer Szene? Wie bin ich sozusagen, wie gehe ich in eine Führung? Und das hat natürlich wahnsinnig viele Aspekte. Und da komme ich nicht weit, wenn ich immer nur frage, was braucht denn die andere Person? Also ich brauche, ich brauche was von, was von innen kommt. Wie, wie, wie lehrst du das Frauen? In Seminaren oder? Zum Teil, also ich meine, die Seminare sind sozusagen allgemein, spielen mit Beyond Gender, also das ist sozusagen für alle Geschlechter eh, dieses Spiel mit Macht und Submission, aber häufig in den Einzelcoachings kommen halt Frauen oder Menschen, ja, also die weibliche Sozialisation ausgesetzt waren, und immer nur gelernt oder viel gelernt haben, zu gefallen und nett zu sein und freundlich und zu sagen, nee, ich brauche hier nochmal eine andere Qualität. Und das wirkt sich dann häufig sehr stark auch auf andere Lebensbereiche aus. Ich hoffe, du hast noch viele Sprechstunden frei nach dem, nach dem Talk. Wird sie schon was finden, ja. Das ist schön, was du gerade sagst, weil ich glaube, dass, also ich glaube, dass zumindest rauszuhören, dass viele Frauen erst mal Sexarbeiterinnen wie so als Konkurrenz oder als Bedrohung ansehen. Aber eigentlich, wenn ich dir zuhöre, ist es ja so wie, also du arbeitest ja zusammen mit ihnen an einer Sache. Ja, und das ist ja auch ein total altes, also das sollten wir auch sofort loslassen, sowas wie, also die Prostituierte als Gefährderin der bürgerlichen Ordnung. Also ich meine, in welchem kleinen Feld bewegt man sich da, also wo man sozusagen denkt, man müsste seinen Mann halten und müsste irgendwie potenzielle Konkurrentinnen fernhalten. Also das ist ein so kleines, das wünsche ich keiner Frau eigentlich, dass sie sozusagen mit diesem Weltbild befasst ist. Jede Frau ist eigentlich viel größer. Also ich meine, wenn du in dein, also wenn ich in meinem Blühen bin, dann muss ich nicht denken, und ich müsste irgendwen festhalten. Ja, aber das ist ja, das ist ja glaube ich, dass das häufig das Problem, also zumindest höre ich das in Coachings immer wieder raus, dass, also das ist quasi in diesem Konstrukt der Kleinfamilie fast dazu verdonnert ist, einzuschlafen. Also wenn man nicht wahnsinnig disziplinend, anachsam immer wieder diesen Raum erweitert. Das heißt, der Frau fehlt ja auch wirklich dieses Selbstbewusstsein an der Stelle. Ja. Nein, es ist auch keine, also ich, mir ist bewusst, in welcher Welt wir leben. Ich möchte nur halt auch immer wieder mir überlegen, oder das ist eine Entscheidung, die ich immer mal wieder fälle, im Alltag ist, ist das hier gerade ein Gefühl, was mich stärkt und größer macht, oder macht es mich eng und klein? Und diese Fantasie ist, also irgendwelche anderen sind toller und besser und jetzt muss ich irgendwie deshalb im Stress verfallen, ist, ist nichts, was mich, was mich wachsen lässt. Das muss man einfach so festhalten. So, wenn Männer zu dir kommen und du kriegst so mit, okay, zu Hause kneifen sie im Sinne von sagen zum Beispiel nicht, was sie wirklich wollen, etc. Challengst du die auch manchmal und sagst, hey, Alter, bring das dort auch mit ein? Ja. Sehr, sehr stark. Also inzwischen reagiere ich darauf sogar fast, also ja, einfach sehr, sehr klar. Also wenn Menschen, also ich meine, es kommt ja darauf an, ob jemand jetzt einfach bei mir ist, um etwas mit mir zu erleben und gar nicht jetzt seine Themen einbringen, das ist auch für mich völlig okay. Also ich bin gerne einfach die Adresse, die dann auch nicht noch mehr möchte. Das ist ja auch eine Funktion von mir, aber wenn jemand schon auch in einem Coaching-Kontext da ist, werde ich immer meinen Finger in genau diese Wunde legen. Also da lasse ich die Menschen immer weniger davon kommen, weil ich wirklich glaube, dass das, also dass diese Wünsche, die nicht blühen dürfen, nochmal, jeder Wunsch ist eine Form von Potenzial. Das ist eigentlich ein Geschenk. Jeder Wunsch bringt uns mehr in die Lust und in die Freude und das ist eigentlich auch ein Geschenk für PartnerInnen. Also weil es immer, es heißt, hey, wow, ich möchte mich bewegen, bewegst du dich mit mir? Ja? Und jeder Wunsch, der sozusagen so eingeengt wird und eingequetscht wird, weil er eben von Schuld und Scham gedeckelt ist, der fängt an, schlechte Triebe zu bilden, sag ich mal. Also der vergiftet das System. Und das meine ich, also sozusagen, das ist das, das wird dann sozusagen toxisch auch. Also sexuelle Wünsche können toxisch werden, wenn sie nicht einfach blühen dürfen. Wir haben, also wir haben uns ja über das Buch getroffen, Genesis, der Untertitel ist Die Befragung der Geschlechter. Wir haben jetzt viel über den äußeren Ausdruck von Sexualität gesprochen. Ich würde jetzt gern nochmal auf die Frage kommen, also erlebst du in deiner Arbeit, dass sich etwas verändert oder dass Männer, Frauen und alle Menschen also mehr aufbrechen in dem Verständnis davon, wer sie selbst sind. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, also ganz viel Stress in der Sexualität kommt ja auch aus krassen Rollen. Also zum Beispiel, also mich hat es über Jahre in der Welt total blockiert, diese Vorstellung von, okay, ich bin der Mann, ich muss Bescheid wissen, ich muss es drauf haben, ich muss ein cooler Hengst sein und so weiter. Also um die Frage, ja, also auf jeden Fall, ich würde sagen, ja, das ist ja auch der Grund, warum ich das Gefühl habe, dass meine Arbeit so viel Resonanz hat. Also die Menschen sind sowas von ready dafür, da in den Wachstum zu gehen und auch ganz viel altes Zeug zu hinterfragen und auch direkt auf der Müllhalde der eigenen Biografie zu lassen. Also die Bereitschaft genau dafür ist da. Das merke ich sowohl bei den Menschen, die zu mir kommen, als auch in den Workshops. Also das, und das in dem Moment, also selbst Menschen, die nicht so ganz bewusst suchen, dass in dem Moment, wo sie ein Angebot bekommen, also ein Angebot, das ich ja ausspreche von, ey, du kannst hier wirklich was anders leben. Also du kannst sozusagen mit anderen Prämissen gegenüber deiner Geschlechtlichkeit und dein irgendwelchen, ja, also das, was du beschreibst, irgendwelchen Vorstellungen, was du hier machen müsstest, du kannst es jetzt hier mal komplett anders machen. Wir können das Ganze vollständig anders aufsetzen. Dieses Angebot wird so freudig angenommen und das meine ich mit diesem, also die Transformation findet statt und das geht direkt ins Leben. Also ich habe immer wieder das, also ja auch Menschen, die sagen, wow, danach habe ich sozusagen irgendwie alles mögliche umgekrempelt, bis hin, was weiß ich, neuen Job oder ich habe meine Beziehung aufgeräumt oder wir haben jetzt was Neues entdeckt. Also einfach, weil das, es ist so dran, also dass Menschen da reingehen, weil Sexualität ist ja auch eine totale Kraft. Hast du einen Tipp für Menschen, die jetzt vielleicht am Anfang noch nicht gleich zu dir persönlich kommen wollen, Angst davor, aber sagen, hey, das klingt total an in mir und ich merke, boah, ich lebe lange, lange nicht alles, was ich bin. Also wie kann man, du hast das vorhin so schön beschrieben mit diesem Beginners-Mind, also wie kann ein ganz normaler Mensch in seinem Alltag überhaupt erst mal anfangen, diese Festplatte zu löschen, die uns allen so voll gedadert worden ist mit irgendwelchen Konzepten darüber, was ein richtiger Kerl ist, was eine richtige Frau ist, wie kommen wir da wieder raus? Wow, das ist eine große Frage. Also nochmal, da fällt mir halt nochmal das Feld ein, also zum Glück bin ich ja nicht die Einzige. Also ich begreife meine Arbeit als tatsächlich als Friedensarbeit, also für mehr Frieden in der Welt und zwar über die Arbeit mit bewusster Sexualität und ein Glück bin ich nicht die Einzige. Also es gibt ja, ich habe ein unglaubliches Netzwerk von Menschen, die sich mit ähnlichen Themen befassen und das heißt, das hast du ja auch in deinem Buch beschrieben, also dass sozusagen manchmal, wenn ein guter Gedanke kommt, der schon, der sozusagen an unterschiedlichen Orten aufkommt, ich liebe diese Idee, also das ist so, das Feld ist eh schon da und es ist, man kann fast in allen Städten, zumindest jetzt hier irgendwie, ich rede jetzt vom mitteleuropäischen Raum, in größeren Städten sowieso, Menschen finden, die praktizieren in irgendeiner Form, also sei es Sexological Bodywork, sei es irgendwie, auch Tantra, also ich habe jetzt so böse Worte über das Tantra verloren, aber auch Tantra hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, eine sexuelle Kultur zu etablieren und da gibt es ja immer mehr Menschen, also das erstmal, um quasi ein offeneres Verhältnis zum eigenen Körper und der eigenen Sinnlichkeit zu finden und was die Geschlechtlichkeit betrifft, ja, das ist wahrscheinlich schon ein größeres Thema, also ich meine, wir haben jetzt, sind jetzt in das Thema auch noch gar nicht so tief eingestiegen, dass ich darauf wahrscheinlich noch mal eine spezifischere Antwort geben müsste. Dann frage ich noch mal über eine andere Ecke persönlich, also begreifst du dich als Frau? Ich persönlich total, also ich hatte auch nie, ich habe in meinem Feld sehr, sehr viele Menschen, die quasi sich als Genderqueer begreifen oder einfach mit ihrer Geschlechtsidentität oder die transitioniert sind über ihr Leben, in ihrem Leben, aber ich habe mich immer, ich habe mich schon als kleines Mädchen, sehr lustvoll als kleines Mädchen begriffen und ich hatte nur diese Fragestellung, ob ich eine Frau bin, ich fühle mich komplett weiblich, aber ich hatte sehr, sehr, sehr viele Kämpfe damit, was Weiblichkeit ist. Also das Konzept Weiblichkeit hat so oft nicht zu mir gepasst und ich habe echt sehr, sehr, sehr viele Durchläufe damit gehabt und mich sehr stark daran gerieben und ich kann, ich glaube, ich habe Mitgefühl für jeden Zweifel, jede Not, jeden Kampf, auch existenziellen Kampf mit Geschlechtlichkeit in jeder, also aus jeder Richtung, auch mit sexuellem Begehren, also das sozusagen, wenn das, wir haben eben nur ein sehr enges Fenster in einer, ich sage mal dieses fürchterliche Wort, heteronormativen Welt, also in einer Welt, die in einer bestimmten Form über Geschlechter denkt und sobald man sich aus diesem Fenster rausbewegt, bekommt man Probleme und Menschen haben sehr, sehr unterschiedliche Probleme damit und ich, wie gesagt, ich habe das Mitgefühl für all diese Kämpfe. Nenn mal ein oder zwei Beispiele von Qualitäten oder Stärken, die du eigentlich in dir entdeckt hast, die aber nicht zu diesem antrainierten Konzept von Weiblichkeit gepasst haben. Ja, ich bin einfach viel zu laut, also ich bin zu laut, zu selbstbewusst, zu groß, ich bin 1,83, also ich bin sozusagen, ich kann mich überhaupt gar nicht verstecken, ich gehe irgendwo rein und bin, bam, ich bin da, ich bin auch unverschämt, also ich meine, ich bin auch lustvoll, also sozusagen allein das, also ich meine, deshalb bin ich prädestiniert als Sexarbeitende, ich bin sehr verbunden mit meinem Körper und ich habe einfach Lust an Sexualität und das ist halt auch ein Tabu, also sozusagen weibliche Sexualität muss irgendwie anders sein, müssen wir auch noch mal drüber reden, die Bilder über weibliche Sexualität, aber das hat auch ganz viel nicht gepasst und ich bin, also das sind wahrscheinlich die Hauptmerkmale, also auch diese ganzen, ich habe ganz oft irgendwie in Frauengruppen gesessen, ich weiß es noch, gerade als ich, also das sind so absurde Situationen, wo ich halt dachte, ich muss mich mit meiner Weiblichkeit beschäftigen und dann saß ich in Frauengruppen und dachte, das hat alles gar nichts mit mir zu tun, ich möchte jetzt gern joggen gehen, also ich habe zum Teil wirklich sehr maskuline Anteile, so ist es mir jetzt alles hier zu, das dauert mir hier alles zu lang, ich muss jetzt, ich habe noch was zu tun, das ist so ein typischer Satz, den ich sagen könnte, also ja, also und wenig Geduld manchmal, also auch, ich bin super empathisch, also ich habe auch sehr, sehr, sehr viele weibliche, so-called weibliche Anteile, aber ja, ich kann das ganze Ding auch verkürzen und ich kann auch Leuten sagen, wo es lang geht und das ist natürlich, ja, wird häufig nicht als weiblich wahrgenommen. Das ist krass, das ist so krass, wo wir da so gelandet sind, an welchen Schubläden. Du arbeitest ja viel mit Männern, also nicht nur, aber viel mit Männern. Was würdest du sagen, sind so die Top-Qualitäten, die Männer ausgeblendet haben, mit denen sie Schwierigkeiten haben, die zu integrieren? Also ich will es mal gerne positiv sagen, insofern, als dass sie sich ja häufig mit genau diesen Anteilen an mich wenden. Das ist eine, und das berührt auch wirklich mein Herz, also mein ganzes Bild von Männlichkeit hat sich durch meine Arbeit wirklich sehr, sehr stark gewandelt. Also Männer, die halt fallen wollen. Also zu mir kommen ja Männer, die fallen wollen. Und ich liebe sie dafür. Also ich finde das, ich sage ja, das berührt mein Herz so tief, wenn diese Lust daran steht, zu sagen, wow, take me. Also auch dieses, ich lasse jetzt los und öffne mich sinnlich. Also auch eine totale Bereitschaft, in den Körper zu gehen. Also diese Sehnsucht, den Körper zu spüren. Ich habe das, also ich habe Männer nie beneidet, weil ich das Gefühl, diese Körperlosigkeit oder dieses Antrainierte von, dass der Körper irgendwie was Starkes und gestehlt sein muss, aber ansonsten irgendwie finde ich, also er muss halt stark sein und ansonsten ist er irgendwie eigentlich nicht so nützlich oder er muss potent sein, aber einen Fühlkörper zu haben. Und wie, also wie leidenschaftlich Männer in diesen Fühlkörper fallen, wenn man ihnen eben diesen Raum gibt, das ist ganz wunderbar. Also ja, und auch, also auch wirklich das Bedürfnis abzugeben, also keine Führung zu übernehmen und, und, und auch eben, da sind wir schon in diesem Gender-Thema drin, also das Weibliche so zu ehren. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich werde benutzt, also wirklich gar nicht. Im Gegenteil, ich habe immer, ich war immer nicht mal richtig, äh, ich, ich finde gar keine Worte dafür, also, ähm, so, fasziniert davon, wie ich verehrt werde, also wie sozusagen ich, Kraft meiner Weiblichkeit, verehrt werde und, äh, dieser Anteil ist, hat mich auch geheilt, also Anteil davon, also in der Sexarbeit habe ich auch ganz viel für mich selbst geheilt und, und zu sehen, was für ein Potenzial darin ist, ähm, wenn Männer Frauen verehren, also aus der Tiefe, ähm, äh, und so ehrlich, äh, das, das ist wahnsinnig schön und dafür ist total viel Potenzial, also sonst würden ja auch, sonst würden Dominas auch nicht so viel Geld verdienen, also ich meine, das ist, das ist total gewünscht, es ist, es ist gewünscht, dass Frauen die Führung übernehmen, tatsächlich. Hm. Du hast, äh, für, für mich hast du auch was, also es klingt immer wieder ein, was stark Visionäres, also ich habe das Gefühl, wir arbeiten an verschiedenen Stellen an derselben Sache, ähm, wenn, wie sieht deine Vision einer sexuell befreiten Gesellschaft aus? Lass uns mal spinnen, wenn alles möglich wäre. Hm. Also ich würde mir vor allem wünschen, dass alle alles sein können, also ich würde mir so wünschen, dass wir diesen ganzen Bullshit von Zuschreibungen tatsächlich loslassen können, also wirklich, dass alle alles sein können, dass, dass du dich, dass du nehmen kannst und genommen werden kannst und dass du zärtlich sein kannst und entschieden und dass du, ähm, liebevoll sein kannst und, äh, glasklar, also das können eh, alle Geschlechter können alles und dass wir das noch mehr wirklich zu uns nehmen, also, ähm, ich hab, äh, das ist ein, das ist ein Aspekt, der mir wirklich am Herzen liegt. Also ich begreife ja auch, das muss ich vielleicht nochmal wirklich auch klar dazu sagen, Geschlecht nicht als Polarität, sondern als Spektrum, also ich, ich, ich habe ein klares Verständnis davon, ähm, dass es Männer gibt und Frauen gibt und sehr viel dazwischen, ähm, und das ist auch so, das ist sozusagen kein Ausnahmezustand, das ist für mich der eigentliche Zustand, ist tatsächlich eine Fluidität, das ist nicht ein Graben und der andere und da ruft man sich mal was zu, sondern wirklich zu verstehen, auch auf einer, also auf einer physischen Ebene gibt es ganz viel Zwischenstufen, es gibt ganz viele Menschen, die nicht nur Mann oder Frau sind und das ist nicht die Ausnahme, sondern wir können davon lernen, das, das kann uns Aufschluss geben für die eigene Fluidität, also ich bin nun mal, also ich fühle mich nun mal total als Frau, aber ich bin ja sozusagen innerlich sowas von fluide, also ich kann wirklich auch alles, ich kann sehr, sehr viel sein, ähm, und das, ich bin so froh darüber und ich, ich würde das einfach gerne an alle Menschen weitergeben, wie, wie großartig das ist. wie kann jeder und jeder Einzelne, also die, das jetzt gerade sieht, also, so deine Abschlussworte, was kann jeder von uns dazu beitragen, dass diese Welt wirklich wird, weil ich glaube, ey, wir ächzen so, wir ächzen so unter dieser falschen Schuld und Scham. ähm, da, ich würde da tatsächlich zurückkommen zu dem, wie das Gespräch begann, nämlich mit dem Spiel. Also ich habe immer gemerkt, wenn ich, wenn es zu heavy wird und ich kann mich auch gerade im Intellektuellen, also sehr reinbeißen und, und auch die Probleme wirklich sehen, also ich, ne, wenn man politisch, sehr politisch ist, dann hat man ja diesen Kampfgeist und alles und dann immer wieder zu gucken, okay, wie, was wünsche ich mir eigentlich und ich wünsche mir eine Leichtigkeit, ich wünsche mir eine Freude daran und gerade mit Geschlecht zu spielen, kann so freudvoll sein, also es wäre doch viel zu schade, um dieses Potenzial wegzugeben, also gerade in Männlichkeiten und Weiblichkeiten, dass wir mehr damit spielen und zwar unabhängig von dem Geschlecht, was in unserem Pass steht, sondern dass wir Männlichkeiten und Weiblichkeiten als etwas begreifen, was wir benutzen können, wie, wie einfach wie Qualitäten, die uns stärken und die uns glücklich machen können. Liebe Marleen, ich, ich hoffe ganz doll, also dass es ganz vielen Menschen jetzt gerade nach dem Zuschauen und Hören geht, wie mir, also bei mir ist das Spielerische total rübergekommen und auch gleichzeitig also die Kostbarkeit, die Kostbarkeit also von jeder Begegnung, die wir miteinander haben und ich hoffe, dass wir mit diesem Talk ganz viele Vorurteile ausrollen konnten. Ich möchte mich ganz, ganz doll bei dir bedanken und wir verlinken natürlich unten drunter dazu, wie die Menschen dich kontaktieren können, um von dir zu lernen. Ich danke dir sehr für deine Arbeit, Veit. Ich bin wirklich total begeistert. Ich fand das Buch ganz wunderbar, habe ich dir auch schon geschrieben und ich glaube auch, dass wir beide auf unterschiedliche Art und Weisen an den gleichen, an den gleichen Akupunkturpunkten sitzen. Ich danke dir ganz doll. Danke, dass du diese Folge im Podcast Alles Menschen mit Veit Lindau und GästInnen gehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Und wenn du Lust auf mehr hast, dann kannst du diesen Podcast jetzt kostenlos abonnieren. Wir freuen uns, dass du hier mit dabei bist und wünschen dir eine wunderschöne Zeit. Bis gleich zur nächsten Folge. Bis gleich.